Hättest du das nicht? Nee Digga Ey da kommt sogar Rauch aus Digga Und da ist der Reichstag Wo die ganzen Galoschen da drinnen chillen Das schmeckt Oder wenn du Bock hast warten Du hast mein Herz Digga Ich schwöre er mir echt Lady Gau mein Ein Orgel Wie hoch meines Kaltes Hier Riddersport gestapelt auf Wild Nur Zeit Boah Pass auf dem Holz Oh hier ist Der Tobi hier am Hetzen Das ist unfassbar Der Mann hat so eine Mission Das ist krass Dieser Mann hat so eine Mission Das ist gerade mal halb sechs Und wir sind schon alles bis jetzt gemacht Was ihr hier auf Kamera habt Wirklich fix und fertig Aber ist geil Das sind so viele Menschen Das ist krass Diese Steinrohre die oben auf der Mauer drauf sind Haben auch einen richtig dreckigen Effekt Das ist halt damit du da keine Sachen rüberwerfen kannst Die sich festgreifen können Wie Anker oder sowas Dann kreifst du Du Bites Du Bites Du Bites Du Bites Du Bites Das ist jaa Hier mit Mülllamm da Da ist es Das ist doch Dings Digga Mal Karl Marx oder... Da bin ich unterbrochen Meine Freunde, was geht ab? Ich bin schon echt am Arsch. Ich habe jetzt Pulldampf. Wir sind seit um 9 Uhr auf dem Bein. Und wir haben es jetzt. Ich glaube, 18 Uhr. 17 oder 18 Uhr. Rätsch kaputt. Komm, digginab. Hätte das nicht? Nee, Digga. Komm mal. Ey, da kommt sogar Rauch raus, Digga. Das ist doch mit Fleisch drin, ey. Boah, Pommes ist ganz wild. Komm mal. Digga5 bei der Seite. Oh, das zeigt das. Ekelhafteste Fünfer, Digga. Ich habe mein Leben gesehen. Guck mal bitte, Digga. Der ist richtig vermordert und eingerissen. Der geht schon fit. Der ist voll eklig. Weiß ich nicht, Digga. Der geht noch. Ich habe schon schlimmere gesehen. Echt? Ja. Boah, da hat immer die Scheibe gebettert. Das geht ab. Ist das ja richtig voll. Das ist schon eine Eisdieße. Boah, wo? Ja, Bruder. Wie lange bist du denn da anstehen? Dann hält ich mit mal diese Rauch. Ganz schön. Guck mal. Wenn einmal so ein Gang frei wird, ne? Er wird nicht gespielt, junger Mann. Ich habe dich nicht aus. Pfff. Das klingt wie so ein Schlimmer. Hallo. Guck mal hier. Jetzt ein bisschen Polingen. Guck mal hier. Pantast. Gaststark. Wo wir jetzt? Berlin, Berlin. Guck mal, hat direkt die Berge auf heim. Ich denke mal, ich bin ein Schlecht. Guck mal, ich bin ein Schlimm. Heute werden 6 ausgetauscht, oder? Digga, hä? Schon der zweite? Er hat einfach zweimal Strike aneinander geworfen, Digga. Und ich hab null Punkte. Hä? Digga, wie gut ist das? Komm gleich. Mach mal einen geilen Lauf hier. Das war auch kein Auge. Das war okay. Kannst du besser. Das ist richtig. Kannst du besser. Ich schmecke noch von dir. Ein Strike und ein Zwei habe ich schon. Ich bin übertrieben am Arsch. Wir sind gerade nach Hause gekommen. Ihr seht, ich habe hier noch Schuhe an. Also war krass, was wir in 48 Stunden alles gesehen haben. Das war wirklich krank, ne? Also wirklich. Brandenburger Tor, Reichstag. Was haben wir noch gesehen? Und ich gehe jetzt auch schlafen. Meine Linse ist ein bisschen leckig. War ich wirklich am Arsch. Ich bin Pölsch noch getroffen. Ja, also war krank. Ich hoffe, der Blog hat euch gefallen. Lass ein Like da. Lass ein Abo da. Und jo, war aber nice. Ich schlafe mir jetzt. Ich freue mich so auf mein enges Bett. Das glaubt ihr nicht.